heute mal eine kleinere folge wird gleich mein ausschnitt sehen da habe ich drei riohorns richtig nebeneinander gesehene weichen so ein park mit ein bisschen weitergelaufen aber war leider nichts anderes mehr erwartet vielleicht nummer drei werden oder sowas ähnliches drei wöbel so was war den gleichen pack war auch schon größere pokémon dabei also auf jeden fall seltene auf jeden fall und ja fall ein bisschen schade drei sind auf jeden fall ziemlich krass drei riohorns einfach nebeneinander war einfach nebeneinander ich weiß nicht ob ich das gewinnt einblenden kann aber ihr seht wahrscheinlich das video gleich und ja viel spaß so so Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.